Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zum Battlemages Sign of Darkness. Okay, die Aufträge sind schon mal noch da. Wir haben jedoch jetzt die Vargas verloren. Äh, nicht die Vargas, die Warrocks. Vargas, ja, wir sind hier nicht bei Warhammer. Äh, die Warrocks verloren. Müssen gucken, wie wir durch unseren anderen Truppen klarkommen. Vor allem, wie wir durch diese blöde Cutscene da unten kommen. Und je nachdem ist es fraglich, wie lange wir noch für den Prolog brauchen, weil ich weiß, es gibt nur noch diese Mission hier und die nächste. Also, abgesehen des von der Tutorial-Mission ist jedes Kapitel in vier Missionen nur unterteilt. Und es gibt vier Kapitel. Also insgesamt 16 Missionen plus das Tutorial, was wir gemacht haben. Äh, ja. Deswegen könnte es sein, dass wir diese Aufnahmesession durchkommen mit dem Prolog und damit mit Farron. Weil jedes Kapitel hat seinen eigenen, ähm... Charakter. Gut. Gut, jetzt müssen wir wieder auf die... Zwerge zuwandern. Oh. Das ist alles. Du bist ein tot Mann. Meine Truppen sind unter Attacken. So, so, ganz. So, ganz. Meine Truppen sind unter Attacken. Mal gucken, was die Zwerge für Einheiten zu bieten haben, bei mir. Wenn wir bei ihnen ankommen. So, dann können wir dich auflösen. Auflösen. Gut. Alter, könnten wir vielleicht die... Schützen, auch wenn sie ein hohes Level haben. Äh... Auflösen und durch was... Besseres ersetzen. Hm. Okay, wir haben einen Ork verloren. Wir haben zwei Orks verloren. Und... So, die... Kennen wir. Das waren normale... Rockkrieger. Die haben Stufenaufstieg erhalten. Oh, wir haben den da verlobgessen. Und da sind wieder Feuerdämonen respawned. Das heißt, Sorogan lassen wir mal da stehen. Und gehen jetzt mal zu den Zwergen hinein. Oh, die sind hier. Oh, das ist hier. Hallo, der Dwarf. Ich bin Theron, ein Guildmage. Es ist ein honor, zu treffen die glücklichsten Mitglieder der Beine. Willkommen, fair traveler. Wir sehen uns oft nicht in unseren Dungeons, nicht nur ein Mage mit einem Armee. Was bringt dich hier? Ich gehe nach dem Enchanted Valley. Ich werde sicher, in dieser komplikation Maze, ohne deine Hilfe. Ich bin Angst, ich habe bad news. Die Erdquake blockiert die einzige Weg zu der Valley. Kannst du den Weg mit deinen famousen Boring Machines? Ich helfe uns mit einem anderen. Ein Gang von Goblins kamen zu unseren Dungeons. Sie sind evil Kriminale, banished von ihren eigenen Kinsmen. Make sie weg unsere Land. Und wir sehen uns was wir können über die Rocks auf der Weg zu der Valley. Ich will think about your offer. Those Goblins will never trouble you again. The Grateful Dwarves have cleared the path to the Valley for you. There's another obstacle. A geyser in the middle of the road. There is nothing we can do about it. Not another obstacle. I thought I saw another mage traveling with you. Why is he hiding? He prefers solitude. Crowds make him feel ill at ease. Hmm. I'd like to have a word with him. You must hurry. It's dangerous to stay here alone. Okay. Lordi, come here. Yes, Master. What can I do for you? Those travelers look suspicious. Follow them. Find out why they need to get to the Valley. And why the other mage is hiding from us. I'll do my best, my priest. I have faith in you. Off you go. Okay, wir werden von einem Zwerg verfolgt. Sehr offensichtlich. We're almost there. So, darf ich jetzt mal gucken, was ihr hier habt? Priester und Krieger. Nichts Besonderes. Und hier habt ihr auch nichts. Okay. Ja, für den Geysir mit Steinen. Mein Geysir hat sich nach dem Erdbegen auf der Straße gebildet. Wir brauchen 200 Steinen, um ihn zu bedecken. Mhm. Aber was soll ich mit dem Sprengfass abstellen, frage ich mich gerade. Hm? Sag die Worte. Can't go on without us. Johohoho. Gott liegt hier jetzt viel Gold rum mittlerweile. Okay, und da sammeln die Goblins alle ein. Alles ein. Okay. Was ist mit dir? Hallo, Traveller. Hallo, Traveller. Ich hörte, du bist mit den Dwarven. Was soll es matteren zu dir? Ich bin all alone, mit niemandem zu helfen. Mein Boring-Maschine wurde unter den Stones in der Erdquake. Ich bin ruiniert, wenn ich es nicht rauskriege kann. Ich wünsche, ich könnte dir helfen, aber ich habe keine Zeit, um deine Maschine auszutauschen. Wenn du den Dwarven für eine Pfanne auszutauschen hast, werde ich die Steine auszutauschen und meine Maschine zurückkriege. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na gut, dass wir schon einen Pulverfass sind. Okay, da wird ein Reward waiting for you. Mal sehen, was es uns dafür gibt. Aber erstmal gucken, können wir die Zwerge fragen nach dem Pulverfass. Ja gut, dass wir selber eins haben. Wo liegt seine Bohrenmaschine? Ach, hier begraben wahrscheinlich. Hm. Hm? You have come to the master's. Do you smell something burning? Yeah. You can blow up the stones now. I'll be right back. I'll get your reward. Hurry, I don't want to spend the rest of my life in these dungeons. Oh, phew! Well, that was close. Those monsters nearly got me. First an earthquake, now monsters. It's definitely not your day. But I'm lucky to have met you. Take this artifact in return for all you've done for me. I found it on one of my digging expeditions. I must have a look at those monsters. If you ever need stones, I'll be happy to get them to you. Okay, einfach nur ein weiteres Titanschwert. You can't go on without us. Hm. Do you smell something burning? Hm? Do you smell something burning? Hm? At your service. Kill home! You have come to the master's. I'm here. Kill home! You have come to the master's. You have come to the master's. Toil! Fancy meeting you here again. Ihr sagte, ich könnte mit Steinen aushelfen. Jetzt benötige ich welche. Ich habe euch bereits das Artefakt gegeben, nicht wahr? Ich kann es mir nicht leisten, euch noch Steine zu schenken. Ihr seid mir vielleicht ein Freund. Was wollt ihr für eure Steine? 15 in Gold für 10 Steine, agree? Too bad. Gerade keine. Wieviel haben wir denn eigentlich? Okay, wir brauchen noch 20 Steine, aber... Wir gucken erstmal, was wir... Also, da sind schon mal 17 Steinchen. Machen wir mal einen Quick-Safe. Sicher ist sicher. Feuerdämonen und Goldstücke. Und Steine. Okay, an das kommen wir nicht ran. Okay, magisch und Geist verloren. Euch heilig mal. Sorgen heilig mal. Noch eine Heilung für dich. Heilung für euch. Geh weg. Das ist alles. Du bist ein tot Mann. Nun kann der Minenarbeiter weiter graben. Die Minenarbeiter wurden von einem Geheims von Monstern gegriffen. Überprüft hier hin und steht fest, was das für eine Kreatur ist. Mhm. Das ist doch auch noch weg. Oder wir sehen ihn gerade noch nicht. Also, wir brauchen noch drei Steine. Ah, und da liegen noch genug Steine auf dem Weg. So, dann stellen wir mal die Höhle. Sag die Worte. Das ist alles. Das ist alles. Du bist ein tot Mann. Du bist ein tot Mann. Du bist ein tot Mann. Feuer. Fass das. Oh, wenn nicht uns. Fass sie weg. Fass sie weg. Uh-huh. Uh-huh. Wir sind fast da. Uh-huh. Gut. Ha. So, Bombe hat die nächste Stufe erreicht. Sag die Worte. Well, we don't know. Oh, noch mehr Steine. Can't go on without us. In the same way. In the same way. I thought so. Uh-huh. Well, we don't know.